so ein Pilger der kann eh nichts mehr damit anfangen ja machen wir uns auf nach Riftdown und erledigen jetzt mal die paar Quests die wir hier haben ich finde das mit dem dem Aurora Borealis finde ich so klasse das sieht so gut aus ja sei doch froh dass du hier bleiben kannst ich wünschte ich hätte Alternative Start aktiviert und hätte ein anderes Leben und nicht diese Scheiße ich bin das Drachenblut so keine Wache es gab einen Kampf im Rattenweg aber die Berichte darüber sind eher ungenau manche sagen es wären Talmoor-Agenten gewesen andere sprechen von der Diebesgilde einige behaupten beide wären beteiligt gewesen das kann man sehen wie man will Talmoor waren auf jeden Fall da aber ich war noch kein Mitglied der Diebesgilde also ich rate euch dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken nach dem was ich gehört habe wäre Gesichtsmetzgerin wohl treffender ja gut dann würde ich sagen wir suchen erstmal Mjoll ja ihr braucht etwas ah nicht wirklich was was soll ich jetzt machen ihr braucht etwas ich tue die Kleine ja du gehst auch nach Hause du gehst auch nach Hause so ich glaube die wohnte bei Eren Ereus Volzhütte Schneeschuh anwesend gut Riftwald jetzt muss ich mal gucken wo die ist ich werde mal ganz kurz speichern habt ihr euch verlaufen nein noch nicht Vujeta ihr dürft dieses Goma wirklich nicht mehr nehmen könnt ihr nicht an meinem Rüstungsstand auf dem Markt vorbeikommen oder wollt ihr unbedingt trainieren das kann ich nicht Valindor es lässt mich nicht los es übernimmt die Kontrolle über mein Leben ein widerliches Gebräu man sollte den der es euch verkauft hat zur Rechenschaft ziehen wenn diese Welt gerecht wäre würde ich das einfach hinter mich bringen wenn ihr nach einem Zimmer sucht dann versucht es im Bienenstich dieses Haus ist für die arbeitende Bevölkerung was wollt ihr ich habe eine Nachricht von Brynjolf was will er denn nun schon wieder ich habe ihm doch schon erklärt dass man einem Stein kein Blut abpressen kann es geht nicht mehr um Geld hört zu ich kann kein Geld herbeizaubern wo keins ist bitte seid doch vernünftig ich werde ich werde nächsten Monat bezahlen unsere Geduld ist am Ende auch meine Geduld ist am Ende was hat es denn für einen Sinn zu bezahlen eure Leute kommen ja nicht einmal mit sich selbst zurecht genauso gut könnte ich das Gold gleich in die Gosse werfen mich könnt ihr mit euren Drohgebärden nicht einschüchtern an euch zahle ich nicht eine müde Münze wie macht ihr das nur Marlindor wie können wir sowohl in der Schwarzdornbrauerei als auch in der Fischerei arbeiten ohne euch dabei völlig zu verausgaben ach das geht eigentlich ich finde die Arbeit recht entspannend bitte nehmt nicht die Statue das ist das einzig wertvolle was ich noch besitze ich habe eine Nachricht von Brinjolf ihr habt meine Statue was werdet ihr damit machen da soll ich die Statue in einen Brunnen werfen nicht Lady Di Bella nein bitte ich darf sie nicht verlieren ich habe schon verstanden da habt ihr euer Gold ich hoffe ihr erstickt daran das ist mein Problem ihr müsst da nicht mit reingezogen werden hör zu wenn ihr in Schwierigkeiten steckt könnte ich mit Helga reden nein nein bitte ich bin nur müde danke so die anderen lassen wir mal ein bisschen wie gesagt ich möchte so nach und nach die ganzen Quests hier anfangen beziehungsweise zu Ende bringen Bürger von Rifthorn höret meine Worte die Rückkehr der Drachen ist kein einfacher Zufall sucht die Arbeit jemand muss Sibbi Schwarzdaun eine Nachricht überbringen ich möchte dass ihr persönlich die nächste Lieferung beaufsichtigt lasst von euren Schuhen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an ich traue ihnen nicht nein nein wenn ich es mir recht überlege traue ich an euch oh Gott ist hier viel los Kerava möge Mara euch segnen ich möchte mehr über den Tempel von Mara erfahren wunderbar womit soll ich anfangen Mara ist die Göttin der Liebe der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken die Armen und die Verlorenen wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand ich kann im Tempel heiraten aber ja natürlich vorausgesetzt ihr seid dazu bereit seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut nein nicht wirklich typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes das Leben ist hart und kurz daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben jemand der einen Partner sucht trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit dass er oder sie zu haben ist wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie Könnt ihr mir mehr von Maras Glauben erzählen? Maras Universum umfasst die Gefühle nach denen wir uns am meisten sehen Liebe, Mitgefühl und Verständnis es ist nicht leicht ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen Nehmt ihr Almosen an? Aber natürlich Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe Ich würde gerne spenden 5 Goldstücke Danke Ich verspreche euch dass damit Gutes getan wird Genug Maramal Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen um unsere Kunden zu belästigen Ja Wie ihr wollt Talen Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen Wir werfen euch nicht raus Aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier Und was braucht ihr? Hm? Ihr haltet euch wohl für einen Abenteurer was? Ich bezweifle dass euer Kampfgeschick für einen richtigen Kampf ausreichen würde Wie? Meine Fertigkeit im Kampf Oh mann ist das voll hier Ja Hm? Sie wird jedes Mal besser Hm Ja bitte Hm Ihr seid nicht Vielleicht ein kaiserlicher Spion Oder nachdem die mythische Morgenröte den Kaiser angegriffen Die besten Krieger von Himmelsrand hat mich vertreten Die Klinge Seid einfach still und trinkt Romlin Ja Ich brauch mal die in den anderen Agonia hier Den da Ja? Was habt ihr für ein Problem? Nun Talen Was wollt ihr? Habt ihr euch mein Angebot überlegt? Was ist denn los? Ich dachte ihr Leute Wird die Schuldknechtschaft gewöhnt Wie habt ihr Kerava Kerava kennengelernt? Ich habe sie getroffen als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin Seitdem bin ich hin und weg von ihr Ich werde sie vielleicht sogar bitten mich zu heiraten In der Schwarzmarsch ist es Tradition einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken der die künftige Bindung symbolisiert Ich habe den Goldring bereits Aber ich brauche noch drei makellose Amethyste um ihn zu vervollständigen Ich könnte für euch danach suchen Ich hatte gehofft dass ihr mir das anbietet Ich hielt es nicht für angemessen euch um einen solchen Gefallen zu bitten Ich danke euch So wartet jetzt gehe ich erstmal kurz Ich habe mich entschuldigt Ich muss mich noch um andere Dinge kümmern So Besorge drei makellose Amethyste Haben wir doch bestimmt irgendwo Möchelose Amethyste Möchelose Amethyste Seht ihr? Dafür ist es gut Alles zu horten Was wollt ihr? Ich habe die Amethyste für euch Ich 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 weiß gar nicht was ich sagen soll Solche Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft Hier Nehmt das als Bezahlung für euer Opfer Und ich Also Wir beide Wir danken euch Alles was ihr wollt Mutter Warum hören sie mir nicht zu Herr Hraber Warum tun sie nicht Was gibt es? Kommt drauf an Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Nein Vielleicht könnt ihr gerne Nava zur Vernunft sprengen Bestärkt durch die Gerüchte Darüber wie schwach eure Gilde geworden ist Ist sie deutlich zu dreist geworden Habe ich euch schon von Wahlen erzählt Ihr braucht etwas? Ja Ich muss noch kurz gucken wie das jetzt Ihr braucht etwas? Sie wird jedes Mal besser wenn ihr was Neues dazu erfindet Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Zeig mir zuerst ein paar Münzen Ich habe eine Nachricht von Brinjolf für euch Ich habe diesem Clown schon gesagt dass ich eurer Bande nicht eine einzige Münze bezahlen werde Das war keine Bitte Schaut euch doch um Ich kann dieses Rattenloch kaum noch am Laufen halten Daran ist der Krieg schuld Ich verschwende nicht länger meine Zeit mit Leuten wie euch Ja toll Gut Und richtet euren Bossen diese kleine Botschaft aus Ich zahle euch keinen einzelnen Septim Niemals Und jetzt raus aus meinem Gasthaus Ja Ja bitte Und wenn die Wachen Das ist ja Jetzt noch mal Was wollt ihr? Bestärkt durch die Gerüche So dumm bin ich So dumm bin ich nicht Das letzte was ich will ist ein Krieg mit euren Leuten Dann helft mir sie zu Zahlen zu bewegen Dann helft mir sie zu Zahlen zu bewegen Schaut Schaut euch oder Brinjolf euch oder Brinjolf keine einzige Münze Jetzt raus aus meinem Gasthaus Seid ihr bereit Brinjolf zu zahlen was ihr ihm schuldet? Nein Und das werde ich auch nie Schert euch raus aus meinem Gasthaus Vielleicht sollte ich diesem Hof in Morrowind mal einen Besuch abstatten Woher in aller Welt wisst ihr von Bitte meine Familie bedeutet mir alles Tut ihr nichts an Dann bezahlt und ich werde die Sache vergessen In Ordnung Hier Bringt das zu Brinjolf und sagt ihm dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde Ja Hm Ihr seid nicht von hier Schätzen Vielleicht ein kaiserlicher Problem ist Wo ist Mjol Mjol Ich muss Mjol sprechen bevor ich diesen Quest abgebe Was braucht ihr Wächter Die alte Frau die das Waisenhaus geleitet hat wurde ermordet Und sagt mal hab ich euch da nicht herauskommen sehen So und wichtig ist Sie bringt mich noch ins Grab Er sorgt sich zu sehr um Rifton und kümmert sich nicht genug um sich Ihr müsst das in dieser Reihenfolge machen weil jetzt wäre es nämlich so dass ihr die Vase zerstören sollt Jetzt haben wir aber die anderen beiden schon gemacht und deshalb kann man ihnen das nur androhen und die Vase bleibt heile Oh nein Ihr seid doch einer von Brinjolfs Bande oder Ich habe eine Nachricht von Brinjolf Oh Das wird nicht nötig sein Ich weiß weshalb ihr hier seid Sagt Brinjolf er soll sich keine Sorgen mehr machen Oh Schaut Ich habe sogar die Summe die ich ihm schulde Hier Nehmt sie Was braucht ihr Wächter So Kehre zu Brinjolf zurück Aber das machen wir jetzt noch nicht Ich muss zuerst Mjöl finden Weil die redet sonst nicht mehr mit uns Nein Nein Brinjolf Äh Brinjolf Mjöl wohnt in einem dieser Häuser hier vorne Ich weiß nur nicht mehr genau in welchem Habe ich jetzt gerade einen Korb umgeschmissen Ja Scheiße Habt ihr euch verlaufen Ähm Keine Ahnung Wenn ihr auf ein Almosen aus seid Dann müsst ihr mit meinem Mann sprechen Wenn ihr Gesellschaft sucht Dann könnte ich es wohl schlechter treffen Ne Das ist es auf jeden Fall nicht Wir klopfen mal Keine Antwort Toll Klopfen Keine Antwort Gut Ich muss noch ganz kurz speichern und dann gucken wir mal worum Mjöl ist Gut dann geben wir jetzt erstmal die Mara Quest ab Möge Mara Oh Lasst mich raten Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut Wonach sucht ihr mein Kind Ich habe den jungen Liebenden in Ivers Stadt geholfen Wunderbar wie die See so tobt und wog auch ihre Liebe und dennoch nährt sie uns und schenkt uns Leben Wünscht Mara mehr von mir Ich sehe ihr brennt darauf ihr Licht zu verbreiten Mit jedem Wagnis das ihr eingeht erfüllt Mara meinen Geist mit neuen Visionen bedrohter Liebe Wie die Glut liegt sie auf Steinen gebettet und wartet darauf entfacht zu werden auf das sie alle in ihrer Nähe erwärmen möge Geht nach Markard Dort findet ihr Kalzelmo weise bitter und zurückgezogen Helft ihm aufzublühen und seine Absichten zu verkünden Dieses Gebet wurde von der Göttin erhört und an ihre Diener weitergegeben So dann dürfen wir jetzt als nächstes irgendwann nach Markard Das heißt wir machen jetzt den Quest erstmal wieder aus zu Brynjolf können wir jetzt gerade nicht machen Notizbrett optional sprich mit S-Bern Nein wollen wir alles nicht Nein das wollen wir alles nicht Ich habe jetzt gerade echt ein Problem Weil ich brauche Mioll Ich brauche Mioll ich muss ihr das Schwert zuerst geben bevor ich bei der Liebesgilde richtig weitermache und speichern wir hier nochmal sorry laden auto was braucht ihr rechter oder wir speichern hier nochmal jetzt wirklich speichern und hoffen mal dass das jetzt irgendwie klappt dass ich ehre die steht hier wir sind hier vorbeigelaufen was ist mit eurem Schwert düster klingel geschehen das schwert ging vor vielen jahren in einer dwema ruine verloren ohne es fühle ich mich so wehrlos wie ein neugeborenes ich glaube nicht dass ich hier einen ersatz dafür finden werde ich könnte es für euch suchen ich kann euch nicht bitten euch auf eine derart gefährliche Reise zu begeben es wäre ein Himmelfahrts Kommando aber ich sehe das glitzern in euren Augen und werde mich hüten euch davon abzuhalten düsterklinge befindet sich in der dwema ruine von mesin jahleft seid vorsichtig diese ruinen haben mich fast das leben gekostet so ich habe düsterklinge gefunden erstaunlich dass ihr es wirklich geschafft habt es zu finden und auch noch leben zurück zu kehren auf meinen reisen bin ich nur selten abenteurern begegnet die so fähig und geschickt waren wie ihr seid ich muss wohl noch viel lernen wenn ihr erlaubt wäre es mir eine Ehre euch eine Weile auf euren Reisen zu begleiten so und ich habe das Amulett von Mara um und könnte jetzt Mjoll heiraten ja bitte so jetzt haben wir das abgegeben und sie bietet mir an mit zu kommen und das war jetzt das wichtige so und du bist ja relativ neutral was Verbrechen angeht und deswegen bleibst du bei mir so wir sollen dann mit ihr noch reden ich kann wohl mit eurem gesicht arbeiten schließlich hat ein bildhauer auch nicht immer den feinsten granit zur auswahl abgeschlossen also gut so und dann werde ich jetzt ab hier offiziell kapitel 2 anfangen also das ist das ende für kapitel 1 und wir werden ab jetzt kapitel 2 anfangen in der diebesgilde viel spaß noch und ich würde mich freuen wenn ihr mich weiterhin begleitet auf meiner reise durch himmelsrand ciao ciao